Manchmal fühl ich mich hier falsch, wie ein Segelschiff im All Aber bist du mit mir an Bord, bin ich gerne durchgeknallt Selbst der Stau auf der A2 ist mit dir blitzschnell vorbei Und die Plöre von der Tanke schmeckt wie Kaffee auf Hawaii Auch wenn ich schweig, du weißt Bescheid Ich brauch gar nichts sagen, ein Blick reicht Und wird uns der Alltag hier zu grau Dann pack ich dich ein, wir sind dann mal raus Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein Na 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 na, danke Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen Absolut niemand darf's erfahren, aber dir vertrau ich's an Weil du's sicher aufbewahrst, meine Area 51 Manchmal drehen wir uns im Kreis, aus ner Kleinigkeit wird Streit Aber mehr als 5 Minuten kann ich dir nicht böse sein Mach ich dir was vor, fällst dir sofort auf Lass ich mich hängen, dann baust du mich auf Manchmal wiegt der Alltag schwer wie Blei Doch sind wir zu zweit, scheint alles so leicht Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein Na 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 na, danke Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen Zeiten ändern sich und wir uns gleich mit Du und ich so jung auf diesem alten Polaroid bin Das letzte Mal, als wir uns sahen, ist viel zu lang her Doch jetzt lachen wir, als wenn du nie weg gewesen wärst Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein Na 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 na, danke Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen Oh, 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 oh Ja, ja Ja, schön, dass wir uns kennen Uh, yeah Guten Tag, guten Tag Das war uns Ja Jo, hi Leute Das war unser Video zu Lieblingsmensch Wir hoffen es hat Warte Warte Okay Das war unser Lieblings zu Video Wir hoffen natürlich wie immer Dass es euch gefallen hat Wenn ja, Daumen nach oben, wäre ganz geil Der Daumen war nicht drauf So, yo Leute Das war unser Video zu Lieblingsmensch Wir hoffen natürlich Hey, yo Leute Das war unser Video zu Lieblingsmensch Wir hoffen natürlich wie immer es hat euch gefallen Wenn ja, 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 ja Dann natürlich Daumen nach oben, wäre ganz geil Und wie immer auch konstruktive Kritik in die Kommentare Wenn ihr zu unserem Kanal kommen wollt Dann tut ihr das hier oder so Ist das in Ordnung? Ja, das passt Dann zu Toms Kanal kommt ihr hier Da müsst ihr auf jeden Fall drauf gehen Also der Rest ist jetzt nur so gesagt Und das letzte Video drückt ihr auf meinen Brust Amen Ciao